Wir sind hier in Bühl, eine regional verwurzelte Bank, die sich seit 150 Jahren für die Belange unserer Mitglieder und Kunden einsetzt. Unsere Stärke ist die individuelle Beratung in 28 Beratungssendern. Die wichtigste Aufgabe als Kundenberater ist, sich quasi auf den Kunden persönlich einzulassen. Wir fertigen für jeden Kunden einen eigenen Maßanzug an. Wir bieten immer zwei Gespräche an mit unseren Kunden, immer ein Analysegespräch und ein Lösungsgespräch. Das ist im Prinzip auch das Spannende am Berateralltag. Jeder Kunde, jeder Tag ist auch anders. Wir haben ein sehr breites Spektrum. Wir bieten alle Finanzlösungen aus einer Hand. Ich arbeite sehr gerne auch im Team. Wir haben verschiedene Verbundpartner, mit denen wir zusammenarbeiten. Also auch über den Bankalltag hinaus finden verschiedene Veranstaltungen statt. Es sind immer im Prinzip einmal im jährigen Mitarbeiterausflug, Betriebsfeier. Ich freue mich, als wenn Kunden da mit einem Lächeln rausgehen oder auch uns weiterempfehlen. Damit wir diesen Weg auch weiterhin erfolgreich gehen können, bieten wir jungen Menschen einen attraktiven Arbeitsplatz. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.